Oh nein! Was jetzt? Du brauchst die Pille danach, die gibt es jetzt rezeptfrei. Ich bin zu jung, um Vater zu werden. Echt? Dann werde ich morgen hingehen und sie mal holen. Hol sie am besten heute. Liebe dich! Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Räuchte die Pille danach! Einen Moment, bitte. Bitteschön! Danke! Es sieht nicht aus wie ich. Hey! Und wie angeht er die Pille? Danke! Vielen Dank.